Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Ereignis und ein sehr tolles Erlebnis. Ich habe mich unglaublich geehrt gefühlt, hier zu sein. Für mich ist das aber trotzdem ein Zeichen, wir sind im Mannschaftssport und ich wäre nicht hier ohne meine Mannschaftskameradinnen. Dementsprechend ist es eine Emotion, es ist viel, viel größer als nur das, die individuelle Auszeichnung, wofür ich natürlich mich geehrt fühle. Aber wie gesagt, da ist noch ganz, ganz viel anderes dahinter. Vielen Dank.